ja malzeit ihr schlawiner heute spiele ich ein bisschen blood and bacon das kostet weiß ich nicht mal einen euro bei steam gerade aber ich sehe gerade mein monitor ist zu klein weil hier dieser rest vom steam hinweis erschienen so bloody indie game kann ich hier irgendwas umstellen die auflösung ja die werden wir so ich hoffe das funktioniert total 287 20 keine ahnung was das alles bedeutet hier zurück keyboard scheiße ja wie man sieht blablabla springen was ist das hier left mouse button melee oh gott w-a-s-d left shift sprint reload air interact x wird er vielleicht noch angezeigt wenn ich versuche durch zu kommen ich versuche durch zu kommen ja wie komme ich raus so einfach zu machen hat ist keine ahnung game hat legt mich doch am arsch mit den instructions werde ich nicht machen ich würde sagen wir fangen wir mal an co-op single single player hier ich kann mir nichts aussuchen ich kann mir nichts aussuchen tschüssi character so ein knochen futzi dann afro bruder irgend so ein hübser oder der ist natürlich auch nicht schlecht das ist verschmucke obsela das ist verschmucke obsela das ist verschmucke obsela das ist wie ihm das ist die kürzl 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 das ist ja interessant ich würde mal gucken ich würde ja nicht cheaten hier settings ist glaube ich die audio video game lmaa wahrscheinlich muss man hier irgendwie eine weile überleben wie ok ich habe immer sprinten an weil ich habe mich tatsächlich noch mal so schnell 5 4 3 2 1 ach du scheiße ich weiß gar nicht wo ich hin muss 10 feinde das werden wohl die tiere da sein oh sie kommen ok alles klar oh nein nichts um wasser zu trinken aha aus irgendeinem grund hat das wohl ich weiß gar nicht was macht das ok es ist schon wirklich ziemlich glücklich alter was ist das denn ok das ist aiming vom allerfeinsten good job also wie durch die da noch oh ho 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 es ist viel grad ohne kopf weiter gerannt die ansicht irritiert mich hier so ein bisschen und gibt mir andere mit der demo sie die kürze aus ist nur ein feind irgendwelche wo übrig ich wollte noch ein bisschen wasser trinken aber nicht nachgeladen ja da muss man denken an den shooter boah wo ist die waffe die ist jetzt besser als die andere oder was die sound sind der knaller ok aber für einen euro ist das eigentlich noch witzig also gut der wasserpumpe frisst mein leben auf aber noch ein witz hier die grafik erinnert mich an so die blüge im land of the babes ok ist vielleicht ein ticken besser ich habe jetzt nicht drauf geachtet kann man den modus ändern kann man hier wechseln zwischen wechseln zwischen wechseln zwischen diesem video ähm zwischen first und third person ich müsste irgendwo hin hier oder die sound das ist der hammer ich muss noch eine pumpe gut ich quatsch mal mit dem farmer falls er jetzt noch da war es gibt ja keine feinde mehr hier oder das war nur zum üben kann ich jetzt natürlich noch nicht genau sagen wofür ist das denn hier mein telefon alles klar jetzt habe ich verstanden glaube ich jetzt wird so ein ticker und krasse ich habe da noch irgendwie so eine art midi pack Q ok ich habe keine verschiedene waffen traktion gibt es einen boss fight das ist natürlich auch cool achso ich muss mit ihm quatschen du bist der für ein farmer boah er sprungt ja die ganze zeit alter rum ab hier wo ist denn der unterstützung der waffen die ich schon hatte wo ist denn der unterstützung der waffen die ich schon hatte ja 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 roh komm Da hängt er irgendwo fest Das ist so trashy das Spiel Oh was habe ich jetzt gemacht? Alter so ein Tutorials... Alter wie ist das viel explodiert FACE TO FACE Sooo Jetzt hier kann ich mich wieder säubern Ich glaube ich habe es ja weitestgehend verstanden jetzt hier Hex Hex Oh ja, habe ich gesehen? Mhm Mhm Er ist recht Ich bin nicht nur auf dieser Farm jetzt rum Die Mucke Voll die Disco Mucke Das ist ja interessant Sooo Quatsch ich mal wieder mit ihm hier Das ist ja so brüllend warm draußen Oh Oh Ich hab jetzt noch mal säubern Da bringt ja überhaupt nichts Was soll das F10 in Kamera wechseln? ja eigentlich das gefällt mir eigentlich ein ticken besser ist schwierig wenn man so nicht richtig schießen kann ich lasse das erst mal ich lasse die ganz normale sicht das hatte ich die ganze zeit das kamera 2 oder so gibt es ja noch schmetterlinge mussten die auch irgendwie ja das kommt hier von überall aber ich muss natürlich auch gucken ob hinter mir welche kommen aber ich glaube wenn ich hier bleibe kommt keine von hinten doch da ist so ein kleines schweinchen auch wie putzig ich versuche mal meli die sind aber fies die fiecher das zählt schon als tot ok das war es das war eigentlich richtig witzig und jetzt muss man wahrscheinlich die ganze zeit sich diesen aber irgendwie hat er gesagt ich soll in den gründer hier irgendwas ein kicken geht aber auch nicht von welcher seite müsste ich nur treten oder hat er das nur so gesagt und man kann eigentlich gar nichts machen oder hat er das nur so gesagt und man kann eigentlich gar nichts machen ach ja gut was weiß ich aber auch kein schweinchen wasser das wort ist zack äh wo ist die hütte hier ne jetzt bin ich fachgelaufen da ist das ding da ich kriege keine waffen ich bin schon noch waffen hier irgendwie wie soll ich die reinlocken verstehe ich nicht ok spooki wo war der wo war der jetzt wo war dieser elektrische zaun äh alter wo war denn das jetzt ich sehe nicht durch wo war das scheiße ich glaube das war bei dem kleinen haus das muss ja bei dem kleinen haus gewesen sein wo sind es wo sind es jetzt hab ich mir erschrocken ich hab mir geschlossen für Fuuuck Alter dieser dreckige Piss-Zombie Also ist er denn hier? Endboss oder was? Ich muss diesen blöden Zaun ankriegen, was? X-Earth Was soll ich denn da drücken? Mlllllllllllllllllllllllllllll So, dann machen wir es trotzdem mal an